Herzlich Willkommen zu Zukunftsgeschichten. Mein Name ist Larissa. Ich habe in der aktuellen Folge Dr. Andrea Böhme zu ihrem Werdegang befragt. Sie ist in der Forschungsgruppe Mikrosystemtechnik Systemintegration tätig. Sie hat diese mit aufgebaut und hat auch hier an der Hochschule studiert. Aber am besten stellt sie sich kurz selbst vor. Kurz vorgestellt. Mein Name ist Andrea Böhme. Ich bin mittlerweile 46 Jahre alt, gehöre dem Fachbereich INB an. Ich bin Gleichstellungsbeauftragte seit diesem Semester. Für vier Jahre bin ich gewählt worden. Ich gehöre der Arbeitsgruppe von Prof. Andreas Volzig an. Dazu gehört die Kunststofftechnik, der Reihenraum. Wir arbeiten ganz viel in der Fertigung. Wir haben eine Mikrofräse. Wir haben aber auch mittlerweile ganz viele 3D-Druckverfahren. Viel Spielzeug, das Andrea um sich herum hat. Doch was ist dabei ihr Lieblingsgerät bzw. ihre Lieblingsaufgabe, wenn sie es sich aussuchen könnte? Ich komme ja aus dem Bereich Fertigung. Und ich liebe es immer noch total gerne, an der Mikrofräse zu stehen, die zu programmieren, knifflige Aufgaben da zu lösen, also besondere Materialien zu bearbeiten. Und das Zweite, was ich wirklich gerne mache, ist diese Vielfältigkeit der Projekte, die wir haben, dass wir auch immer wieder neue Themen, dass wir mit den Firmen zusammenarbeiten und auch unsere Studenten dort gut unterbringen. Die Zukunftsgeschichte Andrea kommt aus einer Zahnarztfamilie und hat eine Ausbildung als Zahntechnikerin. Sie hat zehn Jahre in diesem Bereich gearbeitet. Ihr Abitur hat sie nebenher an der Abendschule gemacht. Für Andrea stand nach dem Abitur fest, dass sie studieren will. Biosystemtechnik, Bioinformatik sollte es sein. Und das an der TH Wildau. Zwei Punkte waren damals für sie ausschlaggebend. Einmal fand ich das total toll, dass wirklich alle naturwissenschaftlichen Felder abgedeckt waren. Physik, Chemie, Mathematik, Biologie, Informatik. Das fand ich total spannend. Und weil ich auch denke, dass es auch die Zukunft sein wird, dass wir viel mehr mit diesen Naturwissenschaften arbeiten müssen. Und die zweite Sache war die, ich hatte mich damals eigentlich, oder wollte mich denn auch einschreiben bei der TU für einen Studiengang. Bin da hingefahren und da war das so voll. Und dann habe ich so gedacht, oh nee, also da möchte ich nicht studieren. Und deswegen bin ich dann hier nächsten Tag nach Wildau gefahren. Und ich muss dazu sagen, es war eine tolle Studienzeit gewesen. Und es war auch die richtige Entscheidung, weil wir mit den Professoren arbeiten konnten, weil wir denen sehr frühzeitig in Projekte eingebunden waren. Und weil man eben nicht nur irgendeine Nummer war unter 500 Studenten, sondern halt wirklich so ein familiäres Feeling hatte. Und das muss ich sagen, ich glaube, das ist auch das Besondere an unserem Studiengang und ich glaube auch das Besondere an unserer Hochschule. Heute, sagt Andrea, hätte sie wahrscheinlich, bedingt durch ihr Arbeitsumfeld von Mikrofräsen und 3D-Druck, Maschinenbau als Studienfach gewählt, da sie viel in CAD und CAM konstruiert. Die Sachen, die mache ich wirklich total gerne. Ich baue auch total gerne. Und da muss ich sagen, während der Maschinenbaustudiengang in der Hinsicht besser gewesen, dass ich jetzt so viele Sachen, die ich mir nachträglich aneignen musste, dort halt einfach mitbekommen hätte. Und ich denke, er ist auch überall einsetzbar. Und egal, ob man nachher in den Kunststoffbereich geht oder was auch immer man damit macht, ich denke, so die Grundlagen ist schon echt eine tolle Sache. Als Kind hatte Andrea aber ganz andere Wünsche. Sie wollte Astronautin werden. Ich fand das total cool, muss ich sagen. Also ich fahre auch total gerne Auto, gebe ich ehrlich zu, auch in der Sache der Nachhaltigkeit heutzutage. Ich fahre immer noch gerne Auto, ich fahre Motorrad, ich liebe Geschwindigkeit, ich fahre gerne mit dem Snowboard auch, den Berg runter. Und ich wollte immer mit einer Rakete mal ins Weltall fliegen und die Erde von oben sehen. Vielleicht kam Andrea auf die Astronauten-Idee unter anderem durch ihren Vater. Wirklich schon von klein auf an hat er uns die Natur versucht zu erklären. Das fängt an, dass er uns gezeigt hat, wie Blätter gestaltet sind, dass zum Beispiel das Wasser abgeleitet wird oder wo sind die Sterne, wie kann man den Weg berechnen, welcher leuchtet heller, dunkler. Da ist unser Vater ein guter Naturwissenschaftler und hat uns so versucht, das gut beizubringen. Zurück zum Hier und Jetzt. Mittlerweile hat Andreas Schwester die Zahnarztpraxis der Eltern übernommen. Doch auch Andrea hilft nun mit ihrem Know-how. 3D-Scan, 3D-Druck, kurzum, die Digitalisierung hat auch hier Einzug gehalten. Aber worauf Andrea zu Recht noch viel mehr stolz ist, ist ihr Doktortitel. Für die zwei Boucher mit einem Punkt hat man echt hart gearbeitet. Was dann danach kommt, das ist nur noch Ernennung. Ja, und das stimmt. Also ich bin schon stolz auf mich, dass ich das durchgezogen habe, dass ich in englischer Sprache durchgezogen habe, dass ich, das habe ich aber glaube ich schon mal erwähnt, auch wirklich Fachtagungen war, das vorstellen konnte, dass ich auch immer noch angeschrieben werde von Forschungsinstituten, die auch nachfragen oder mich zitieren. Das, denke ich schon, macht einen ein bisschen stolz. In ihrer Doktorarbeit ging es darum, einen miniaturisierten Bioreaktor für Impfstofftests aus ihrer Masterarbeit nun in Kooperation mit Institutionen und Unternehmen für die Massenfertigung tauglich zu machen. Diese konnte leider so noch nicht erreicht werden. Aber ihre Arbeit war ein Meilenstein in dieser Forschung. Typisch für die TH Wildau und auch von Andreas Forschungsgruppe ist der hohe Praxisanteil und die Kooperation mit Partnerunternehmen. Das kommt den Studierenden oft zugute und macht Spaß. Dazu muss ich sagen, dass viele unserer ehemaligen Studenten, also Masterranten oder auch Doktorranten, die wir mittlerweile ja schon in unserer Arbeitsgruppe ausgebildet haben, wirklich bei unseren Projektfirmen untergekommen sind. Gute Stellung haben, sogar auch leitende Positionen. Und ich denke mal, das ist auch wirklich die Chance gewesen, dass wir eben mit Firmen hier auch zusammenarbeiten können. Andrea mag die TH wirklich sehr. Mit ein Grund, die einzelnen Forschungsgruppen pflegen den Austausch miteinander. Wir treffen uns halt auch zu kleinen Meetings, neuen Projektideen. Wir versuchen auch miteinander viel zu arbeiten. Das zeigt vielleicht auch mal die Gemeinschaft, die wir haben. Ja, dass wir auch, unsere Labore stehen offen. Also wir machen die Tür nicht zu und sagen, hier darf keiner rein, sondern auch andere Professoren oder andere Hochschulmitarbeiter dürfen zu uns ins Labor rein und dürfen auch dort die Geräte mit nutzen, natürlich mit uns zusammen. Und das ist, finde ich, auch total wichtig, dass man nicht die Tür zum macht, sondern dass wir miteinander arbeiten. Und so sind wir auch nur stark. Wir sind eine kleine Hochschule, aber wir können auch nur miteinander arbeiten. Wie Andrea eingangs erwähnte, ist sie seit kurzem die neue Gleichstellungsbeauftragte an der Hochschule. Für sie eine Herzensangelegenheit. Sie hat eines ihrer zwei Kinder während des Studiums bekommen und daher ein paar gute Tipps. Gebt es frühzeitig bekannt. Redet mit eurem Studiengangsleiter drüber oder mit eurem Professoren, weil wir sind eine kleine Hochschule. Ihr könnt sie ansprechen und nicht erst, wenn das Kind im Brunnen gefallen ist, sondern wenn ihr Probleme habt, dass ihr die Prüfung da nicht machen könnt oder aus irgendwelchen anderen Gründen. Sprecht einfach vorher drüber. Und auch bei der Wiedereingwiderung. Also nicht den ersten Tag herkommen, sich hinsetzen und sich wundern, sondern auch vorher einfach den Kontakt suchen. Und dann klappt das auch wirklich super. Man hat ja auch ein super Familienbüro hier, das man auch ansprechen kann. Und ja, dafür kann ich nur Werbung machen. Und es war auch im Nachhinein auch die richtige Entscheidung, im Studium ein Kind zu bekommen, auch wenn es nicht geplant war. Das ist eine Dimension der Gleichstellung, die Andrea am Herzen liegt. Eine andere ist die Förderung junger Köpfe, wieder mehr Technik- und Naturwissenschaften zu studieren. Dazu hat sie auch eine klare Meinung. Ich glaube, dass der Punkt eigentlich noch viel eher gefunden werden müsste. Also in der Schule müsste viel mehr vielleicht Naturwissenschaft wieder beigebracht werden oder die jungen Menschen dafür animiert werden. Auch dieses Projekt Navitec war ja auch so ein tolles Projekt gewesen, dass wir in den Schulen gegangen sind, die Leute hierher geholt haben. Ich meine, es ist ja nicht nur mal, dass kein Mädchen das mehr studieren will. Selbst Jungs wollen nicht mehr unbedingt eine Technik. Das finde ich, da müssten wir viel mehr dran arbeiten, dass die Technik nicht so hinten runterfällt. Dass man eigentlich mal gucken müsste, dass unser Handy, alles, was wir haben wollen, ist eine Technik. Und alles, was wir irgendwie neu machen wollen, auch in Bezug auf Ökologie, Nachhaltigkeit, beruht darauf, dass wir einfach auch in der Technik uns weiterentwickeln und auch was da mitgeben. Und nicht nur das Geld, nicht nur Influencer werden. Und dass das alles toll ist, sondern wir müssen ja auch irgendwas machen dafür. Zum Abschluss wagen wir zusammen mit Andrea noch einen Ausblick in die Zukunft. Eine Professur steht mittlerweile für sie im Raum. Persönlich sieht Andrea aber auch noch andere Optionen für sich. Ausgründung, Forschungsgruppe noch erweitern. Wir haben ja neue Anschaffungen. Wir werden einen Metall-3D-Drucker jetzt so demnächst bekommen. Und da hoffe ich auch, dass die Forschungsfelder sich wesentlich erweitern. Das wurde auch wieder den Punkt auch zu Zahnmedizin schaffen, der ja auch sehr mit Materialien zu tun hat, auch im metallischen Bereich. Auch mit der Universität Rom können wir da super zusammenarbeiten. Und da sehe ich auch wirklich unsere Zukunft drinnen. Mit einem Arbeitskollegen haben wir, oder der Hochschul zusammen, haben wir letztens auch ein Patent angemeldet. Jetzt läuft gerade ein zweites, was wir angemeldet haben. Also ich kann mir auch vorstellen, dass ich mich ausgründe. Also ich denke mal, es sind genug Wünsche für die Zukunft oder Ideen für die Zukunft. Und man muss einfach sehen, was sich ergibt. Da muss ich ehrlich gestehen, bin ich da auch so, dass man einfach mal das so ein bisschen laufen lässt. Und vielleicht müsste man jetzt für die Professur auch wirklich immer hartnäckig da weiter und immer weiter und weiter daran arbeiten. Aber ich denke, manchmal ist es gut, dass man auch einfach Umwege zulässt und einfach auch mal das Leben genießt. Und man sollte es auch genießen. Man sollte auch einfach auch glücklich sein. Vielen Dank, Andrea, für diesen kurzen Einblick in deinen Werdegang und zu deiner Person. Gern stellen wir euch auch noch weitere Zukunftsgeschichten vor. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. Oder auf Wiederhören. Zukunftsgeschichten. 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 Vielen Dank.